Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal sind wir nicht im Weltall unterwegs und fliegen nicht gegen das Imperium mit irgendwelchen X-Wings durch die Gegend, weil da bin ich sowieso zu schlecht drin. Diesmal habe ich mir gedacht, der schlechteste Pilot der Galaxis könnte es ja vielleicht ein bisschen besser machen, wenn er mit Zügen fährt. Auf der Schiene, auf der Erde. Das ist doch mal eine Idee, oder? Deswegen starten wir heute mit einer kleinen Folge Trainsome World 2 von der Playstation 5 mit mir, Basti, und ich wünsche euch dabei viel Spaß. So, und wir starten nämlich mit der Baureihe 146.2 an einem klaren Frühlingstag, und zwar im Ruhrgebiet. Wir werden im Ruhrgebiet mit dem RE1 im Berufsverkehr um 6.55 Uhr von Bochum Hauptbahnhof nach Duisburg Hauptbahnhof, also fast die komplette Strecke dieses Add-ons, fahren. Und damit starten wir doch mal. So, und jetzt befinden wir uns an Bord unseres Zuges, werden erstmal den Hauptschalter nach vorne stellen, werden die Fahrgastraumbeleuchtung aktivieren, und werden jetzt glaube ich auch mal, oh, wir müssen jetzt mal die Bremse aktivieren, was ist hier denn los? Wir haben hier, oh ja, Steigung, also im Gegenteil, wie heißt das? Negative Steigung, Senkung? Ich bin vollkommen überfordert, ich habe keine Ahnung, was ist das Gegenteil von Steigung? Es gibt gar kein Gegenteil von Steigung, oder? Hm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir das Ganze jetzt hier mal ein bisschen schick. Wir schauen mal kurz von außen, wie es hier aussieht. Oh ja, Rücklichter, das ist ja perfekt. Also müssen wir erstmal auf die andere Seite gehen und hier die Spitzensignale, äh, Spitzensignale, da, ja, das sieht gut aus, einstellen und dementsprechend, ja, die Instrumentenbeleuchtung kann anbleiben, aber mir geht diese Fahrerpultbeleuchtung so hart auf die Nerven. Das wünsche ich dann doch nicht. Und, ähm, auch nochmal eine Info für die Leute, die sagen, ne, du hast gar kein Fahrgastinformationssystem an. Ich lasse es jetzt tatsächlich aus, weil, äh, ganz einfacher Grund, ähm, dieser Zug fährt zwar auf dieser Linie und ist auch in Train to World dafür vorgesehen, dass er auf dieser Linie fährt, Allerdings kann man den hier nicht auswählen im Fahrgastinformationssystem. Wiesbaden, Schweinfurt, Heigenbrücken, Bamberg, Aschaffenburg, Siegen, Hagen, das funktioniert halt so nicht. Deswegen, ähm, wählen wir das jetzt nicht aus. Oder ist das eher nach Siegen, nach Hagen? Ne, eigentlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall das Fahrgastinformationssystem nicht aktivieren. Wir werden hier oben keine Informationsleiste haben und deswegen starten wir jetzt einfach mal durch. Linke Thüringen sind gesperrt. Die schließen jetzt gerade und jetzt dürfen wir uns gleich auf diese schöne Melodie freuen, wenn wir losfahren. Wir werden den Leistungsregler schon mal starten. Jetzt habe ich die AFB vergessen, warte. Jetzt gleich werden wir wieder richtig schön runtergebremst, professionell wie immer. Ah, nee, doch nicht. Nee, weil ich nicht stehe. Hm, schade. Aber gut, die AFB werden wir dann einfach am nächsten halt. Aktivieren, das ist auch kein Problem. Ah, aber wir werden auch nicht schneller. Ich habe den Zug kaputt gemacht. Der schlechteste Pilot bei Star Wars Squadrons schafft es auch die Deutsche Bahn zu vernichten. Gut, AFB nicht bei der Fahrt einschalten. Wir sollten uns das auf jeden Fall merken. Sollte man nicht tun. Also, es geht weiter. Wir fahren nach Wattenscheid. Bahnsteig 1, 7 Uhr 2 ist normale Ankunft. Dadurch, dass wir jetzt die komplette Strecke abfahren, ist natürlich dieses Video auch ein bisschen länger als die anderen Videos vorher. Ja, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bis zum Ende zuschaut und dabei seid. Wir müssen so ein bisschen darauf achten, was die Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich auch ist. Jetzt gleich sind wir dann bei den 120 angekommen. Allerdings werden wir auch gleich schon auf 160 beschleunigen können. Und zwar genau jetzt, wenn wir mit der letzten Achse über diesem Signal sind. Und das ist knapp, oh Gott sei Dank, geschafft. Das sieht man übrigens unten rechts im Bild. Für die Leute, die das noch nicht gespielt haben. Unten rechts im Bild sieht man, wie viel wir an Geschwindigkeit auffahren dürfen. Das ist ja so dieser rote Punkt, der da gerade knapp über den 160 steht. Und müsste dann ja eigentlich, ja es soll eigentlich die 160 darstellen. Aber immerhin, auch für die Leute, die sich mit der Baureihe 146 gar nicht so auskennen. Es ist tatsächlich so, dass der Zug sich bei der Anfahrt und auch bei der Fahrt so anhört im Führerstand. Kann man sich auf YouTube tatsächlich anschauen. Also es gibt da tatsächlich Videos zu, wo man sieht, dass dieser Zug tatsächlich so, ja doch ein bisschen merkwürdig klingt. Also es ist halt ein Elektrozug, ganz klar. Ein Dieselzug wird sich natürlich auch anders anhören. Aber durch diese Elektrobeschleunigung hört sich das Ganze tatsächlich nach einem ganz merkwürdigen Fiepen an. Aber ist man so, kann man nichts dran ändern. Wir fahren erstmal weiter nach Wattenscheid. Und gucken mal, was wir so in Wattenscheid dann machen. Ah, das sieht schön aus. Morgengrauen im Ruhrgebiet. Mit der Baureihe 146, habe ich vorhin 143 gesagt? Ich weiß es nicht. Aber Morgengrauen im Ruhrgebiet. Mit ein bisschen Graffiti noch. Schön. Auch hier, ohne dass man den Zug selbst hört. Oder den Zug, den Triebwagen selbst hört. Wir werden jetzt mal langsam aber sicher bremsen. Und, oh ne, jetzt habe ich Notfall. Ja. Eine Notfallbremsung sollte man jetzt halt nicht hinlegen, lieber Basti. Aber gut. Vielleicht passt es ja mit dem Bahnsteig. Ne, der Bahnsteig ist noch 500 Meter entfernt. Das passt definitiv nicht mit dem Bahnsteig. Also müssen wir die elektrische Bremse jetzt nochmal kurz stabilisieren. Stabilisieren und dann wieder Leistung aufschalten. Ja, wir kommen Stand jetzt aber ohne Verspätung mit Wattenscheid an. Das ist schon mal gut. Das ist hier auch relativ schön ausgelegt. Also S-Bahn München kann ich so schon mal sagen. Aus dem anderen Erweiterungspack. Das ist ein bisschen kritischer. Wenn du da mal ein bisschen langsamer bist, dann wird das doch auch eng mit der weiteren Fahrplanung. Hier im Ruhrgebiet, nehme ich das nicht so ernst, da kann ich ganz gemütlich jetzt mal ein bisschen langsamer fahren. Und jetzt langsam die Bremse aktivieren. Ich gehe mal komplett über die elektronische Bremse. Mal sehen, ob das funktioniert. Das wird nichts. Das wird nichts. Deswegen die Zugbremse auch noch dazu. Und dann können wir auch schon... Ah gut, ist jetzt ein bisschen abgedriftet, aber gut. Türen entriegeln. Jetzt müssen wir eben ganz kurz hier die elektrische Bremse wieder anwählen. Die stellen wir auf 0. Die direkte Bremse lösen wir auch. Und die Zugbremse, die lösen wir nicht. Die stellen wir mal auf Stufe 1b. Moin. Wo will zu denn hin? Nicht einsteigen. Das ist ja cool. Oh, ich wollte die AFB einstellen. Genau. AFB. Schön. Warum kann ich hier jetzt nicht einstellen? Gibt es dafür einen Grund? AFB aus. AFB ein. Nö, das kommt auch nicht dieser schöne Ansage AFB. Okay. AFB möchte nicht. Gut. Noch ein Versuch. Nö. Jo. Dann halt nicht. Okay. Okay. Aber gerade jetzt wäre eigentlich AFB echt schön. Neun Kilometer. Schade, dass AFB nicht funktioniert. Oh ja. Ah, hier kann ich auch die Fahrgastion einstellen. Was ist das hier? Direkte Bremse. Ja, die werden wir jetzt mal nicht aktivieren. Notfallstromabnehmer. Was ist das denn? Äh, ist das gut? Ne, there is no change. Äh, das war jetzt nur wegen der Brücke, über die wir gefahren sind. Ja, weiß ich auch nicht. Ist halt so. Wir fahren hier mit 0,2% Steigung gerade an. Jetzt 0,0%. Auch gut. Schauen wir mal, wie es dann jetzt gleich in Essen Hauptbahnhof aussieht. Also ich finde es ja an Trainsom World, ähm, gerade auch an Trainsom World 2 sehr, sehr gut, wie, ähm, doch realistisch das ist. Also natürlich kann man sagen, ja, die Bäume und die Schienen, das sieht aber gar nicht so realistisch aus. Wenn da jetzt, okay, jetzt tauchen da tatsächlich auch die Strommasten auch in einem sehr komischen Verhältnis auf einmal wieder auf. Aber man muss schon sagen, also für eine Zugsimulation, wenn man sich überlegt, ähm, ich habe als Kind immer gerne Zugsimulator, gespielt auf dem PC und, ähm, wenn man sich überlegt, wie, wie nah das mittlerweile an der Realität ist. Also wir reden jetzt nicht über die Umgebung, darüber kann man sich streiten, aber wir reden halt wirklich über die, über die, ähm, Züge selbst, über die Triebwagen, über die Geräusche, über die Waggons. Also allein dieses, dass ich gleich, das kann ich gleich mal kurz zeigen, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, auch hier in diesem Regionalexpress, ähm, in den Regionalexpress einfach mal einzusteigen. Äh, natürlich nur während wir stehen, also im ICE konnten wir ja auch durch die Gegend laufen, äh, während der Fahrt. Das geht natürlich hierbei nicht. In 1,5 Kilometer müssen wir auf 140 kmh reduzieren. Deswegen lasse ich jetzt schon mal die Leistungsaufschaltung weg. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass wir, äh, was habe ich denn jetzt gemacht? Äh, okay. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass wir, äh, außerhalb der Fahrt, sprich gleich am, äh, am, äh, am Essen-Hauptbahnhof Bahnsteig 2, äh, können wir auf jeden Fall mal kurz da reinschauen, was denn so in dem Zug zu sehen ist, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt, etc. Natürlich, wenn jetzt hier Leute unter euch sind, die, ähm, ein bisschen mehr zum Thema Zugsimulationen oder auch Zugfahrten selbst wissen, es ist natürlich nicht realistisch, was ich hier gerade tue. Also ich, ich fahre ohne AF, äh, ohne AFB ja sowieso, weil es nicht funktioniert, ich würde es ja gerne, aber ohne Sifa, also ohne den Sicherheitsfahrschalter, ohne PZB, ohne LZB, ich weiß gar nicht, ob das auf dieser Strecke verfügbar wäre, aber generell ohne Sifa, PZB und LZB, sieht man auch hinten, alles ist deaktiviert. Ähm, der Hintergrund ist einfach, dass ich das so für ein YouTube-Video lockerer finde, wenn natürlich mal gewünscht ist, dass man sagt, Mensch, hier fahr doch mal mit LZB, PZB und Sifa, da sehen wir nämlich mal, wie man richtig, ähm, versagen kann, sage ich mal so, dann, äh, mache ich das natürlich auch, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich muss aber auch tatsächlich ehrlich sagen, ich, äh, habe, ähm, schon einige Male auf der Hauptstrecke München-Augsburg, was meine persönliche Lieblingsstrecke in Train to the World ist, ganz einfach aus dem Grund, dass, ähm, dass, dass, ähm, ähm, Familie von mir auch in der Großraumregion München wohnt, sodass ich auch auf dieser Strecke schon häufiger mal wirklich war, ähm, ich habe es schon häufiger versucht, mal mit PZB zu fahren, ähm, ähm, mit LZB ist ja kein Thema, mit Sifa ist es auch kein Thema, aber PZB, sorry, kann ich mich gar nicht mit anfreunden, also verstehe ich null. Ich verstehe nicht, was die PZB von mir will. Ich habe mir YouTube-Videos dazu angeguckt, ich weiß mittlerweile, dass das im Endeffekt ein Magnet, Magnetstein, kann man sagen, ist und so weiter und so fort, das weiß ich alles, aber ich verstehe es nicht, weil ich denke, ich habe es verstanden und fahre dann auf einmal über so ein Magnetfeld, denke, ich habe es bestätigt, denke, es funktioniert jetzt alles, dachte, ich bin langsam genug, habe nicht genug, habe nicht zu viel Leistung aufgeschaltet und, 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 trotzdem bekomme ich eine Zwangsbremsung und, ähm, deswegen, ich verstehe das System nicht, aber, ähm, das ist einfach, das bin einfach ich, das, das funktioniert einfach nicht. Jetzt fahren wir gerade in Essen Hauptbahnhof an. Ich finde das sehr schön, dass hier jetzt gerade auch nochmal, ähm, die anderen Bahnen sind. Natürlich, auch wenn es wieder in Richtung Realismus geht, es ist an einem Hauptbahnhof, das habe ich schon in München gesagt, natürlich deutlich mehr los, als jetzt gerade hier in dieser Simulation. Man muss da aber auch Duvetail Games in Schutz nehmen, weil, ähm, es sind natürlich wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, das ist meine amateurhafte Meinung, ähm, es sind wahrscheinlich auch gar nicht die Rechte da, um hier die ganzen Züge, die hier auf dieser Strecke fahren, überhaupt abbilden zu können. Und, man muss auch dazu sagen, dass man das Spiel ja auch irgendwie so, so nah an die Menschen bringen möchte, wie nur möglich. Also, dass das auch möglichst jeder spielen kann, und, äh, nicht jeder spielt das auf der Playstation, also die meisten Leute spielen es ja auf dem PC, und, äh, wenn man sich überlegt, wie viel, wie viel Arbeitsspeicher und auch CPU-Leistung und Grafikleistung das überhaupt frisst, wenn du 17 Züge gleichzeitig irgendwo stehen hättest, die du alle irgendwie, ähm, simulieren musst, wie die losfahren, wie die mit ihren Tönen sind und so weiter und so fort, das kann dann mal ebenso die Grafikleistung in Längen reduzieren, weil, ähm, das, glaube ich, nicht viele Systeme packen können. Also, ich spiele es jetzt gerade auf der Playstation 5, und das finde ich persönlich sehr gut, das macht mir sehr viel Spaß hier drauf. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich, ähm, auf der Playstation 4 Probleme hatte. Ich hatte auf der Playstation 4 Probleme mit der Hauptstrecke München-Augsburg, mit dem Add-on, was ich im ersten Video, was ich auf diesem Kanal hochgeladen habe, gespielt habe, weil ich da einfach gemerkt habe, dass die Leistung der Playstation 4, nicht der Playstation 4 Pro, sondern der Playstation 4 nicht für diese Leistung ausgelegt war. Ich habe gemerkt, dass, ähm, auf dem Weg von, ich glaube, Mammendorf mit der S-Bahn bis nach München-Pasing, war alles super. Ab München-Pasing bis zur Hackerbrücke ist, glaube ich, die letzte Station in diesem Add-on, weil man in den Hauptbahnhof tief nicht reinfahren kann, bis zur Hackerbrücke. war aber die FPS-Zahl bei 15. Ich kann es nicht sehen, weil es eine Playstation ist. Ich habe mich auch noch nie damit beschäftigt, ob man es auf der Playstation irgendwo sehen kann, aber ich glaube, ich kann es nicht sehen auf der Playstation. Ich würde aber ungefähr tippen, wenn das hier jetzt 30, 40 FPS sind, wenn nicht sogar mehr, dann war München-Hackerbrücke mit der Playstation 4 auf jeden Fall 15 FPS. Kein Stück mehr, auf gar keinen Fall. Und das ist eben dann diese Arbeitsspeicherleistung, wo man auch sagen muss, okay, ähm, jetzt die Tune schon wieder einriegeln. Wie blöd bin ich eigentlich? Ähm, das ist dann tatsächlich die Arbeitsspeicherleistung, glaube ich, auch daran zählen würde, wenn man in dem grafischen Ausmaß hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Züge gleichzeitig noch stehen haben würde und ganz, ganz viele Leute. Ich bin ja gespannt, ähm, was denn kommt. Und es soll ja, wir schreiben ja jetzt gerade das Jahr 2021, April haben wir gerade und ich bin ja gespannt, ähm, was passiert am, irgendwann im Mai soll, glaube ich, ein, ähm, Update kommen, welches dann Rush Hour heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, Rush Hour und Rush Hour soll dann tatsächlich so Themen umfassen, wie zum Beispiel, ähm, ähm, das hier im Berufsverkehr, sprich jetzt gerade zu dieser Zeit, das ist 7.11 Uhr im Spiel gerade, äh, oder in der Simulation, dass jetzt gerade natürlich hier richtig viel los ist, weil um 7.11 Uhr ist auf dieser Strecke im RE1, glaube ich, wirklich viel los. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, das sei mal so dahingestellt. Jetzt sind wir auf jeden Fall weiter auf dem Weg nach Mülheim-Ruhr-Hauptbahnhof. Und dürfen gleich auf 130 und dann etwas später auf 160 kmh aufschalten. Das tun wir, es sind noch über 8 km, da nehmen wir natürlich die höheren Geschwindigkeitsbegrenzungen mit und werden die natürlich auch nutzen. so, wenn wir jetzt versuchen, dass wir halb Kilometer haben, dann können wir auch gerne mal kurz hier gucken, was wir hier noch so haben. Ziemlich genau, nichts. In der anderen Baureihe 185 ist es, glaube ich, kann man hier wenigstens noch hinten reingehen, hier jetzt nicht, hier kann ich nur die Tür aufmachen. Jo, bringt halt nichts. Ich würde da jetzt auch nicht unbedingt rausspringen. Was ich ganz cool finde, ist, dass man hier die Möglichkeit hat, das Fenster aufzumachen. Da ist tatsächlich auch surround-mäßig, das merkt man auf dem Kopf heran jetzt, auf der rechten Seite tonmäßig mehr los. Aber das eigentlich nur mal dazu. Wenn wir es natürlich richtig laut haben wollen, dann gehen wir einfach in die Außenansicht. Und das ist dann, glaube ich, auch laut genug. Auch ein sehr schönes Bild. Das Einzige ist, dass die Bewegungsunschärfe mich da ein bisschen stört an den Rädern. Aber das ist auch noch meine persönliche Meinung. Hier, das ist auch noch mal ein schöner Thumbnail. Da muss ich mir mehr. Noch 4,7 Kilometer bis Mülheim-Ruhr, Hauptbahnhof, Bahnsteig 6. 7 Uhr 18 sollen wir da ankommen. Mal sehen, ob wir es pünktlich um 7 Uhr 18 schaffen. Wie sieht denn generell unsere Route hier so aus? Wir haben schon viel geschafft. Ich denke, dass wir so circa nach 30 Minuten Aufnahmezeit, ich bin jetzt bei Rohaufnahmezeit, 22 Minuten, tatsächlich alle die ganze Strecke abgefahren haben können. Könnte sogar klappen, 30 Minuten. Das ist, glaube ich, relativ realistisch sogar. Schauen wir mal. Warum fahre ich ja nicht so langsam? Kann doch mal wieder Gas geben hier. Was soll das denn? Bereits im ersten Video habe ich ja gesagt, es gibt verschiedene Add-ons für dieses Spiel. Heute mehrfach erwähnt, habe ich ja das Add-on Hauptstrecke München-Augsburg. Oder München, das Add-on Augsburg. München-Augsburg, ich weiß gar nicht, ob da Hauptstrecke dabei war, aber auf jeden Fall München-Augsburg. Was ist jetzt? Warum bin ich denn jetzt auf einmal so viel zu schnell? Habe ich wohl wieder nicht drauf geachtet. Ja, moin! Naja. Was wir jetzt gerade spielen, ist Hauptstrecke Rein-Ruhe. Und die Hauptstrecke Rein-Ruhe ist übrigens ein Add-on aus Train Sim World 2020. Nicht aus Train Sim World 2. Finde ich auch ganz interessant, dass hier tatsächlich für Train Sim World 2 dieses Add-on einfach mit übertragen wurde, mit der Steuerung, die auf der Playstation ja für Train Sim World 2 wirklich ein bisschen anders ist als bei Train Sim World 2020. Finde ich aber sehr gut, dass diese Add-ons mit übernommen worden sind, weil die sind durchaus sinnvoll. Finde ich sehr schön. Bremse gehen wir jetzt mal in volle Leistung, weil mal wieder haben wir viel zu spät gebremst. Also ich wäre wirklich ganz ehrlich, wenn man bei mir mitfahren würde. Ich würde mich aufregen darüber, wie bescheuert dieser Lokführer fährt. Ja, so langsam müssen wir jetzt auch nicht sein. Komm, geh noch mal gas hier. Ja, es ist ja unglaublich, wie ich hier fahre. Aber ganz ehrlich, 7.18 Uhr sollen wir da sein. Es ist 7.16 Uhr. Also da können die Leute in Mühlheim ja auch mal locker sein. Wir sind ja nicht zu spät. Die Leute im Zug haben wahrscheinlich Probleme mit Übelkeit. Könnte sein. Gar nicht verstehen. Aber auch das gehört zum guten Zugfahrt im Ruhegebiet, glaube ich, dazu. So. Dann wollen wir mal ja jetzt wieder volle Leistung sagen, wie heftig, ne? Machen wir mal 3. Nice. 7.19 Uhr das Abfahrt. So, ich habe jetzt mal kurzerhand vorgespult, weil ich glaube, jetzt sich zweieinhalb Minuten angucken, wie ich hier stehe. Brauchen wir uns nicht. Allerdings ist was passiert. Es ist nämlich gerade ein anderer Zug eingefahren. Eine Baureihe 422. S-Bahn-Reihenruhe-Beschriftung. Wir sperren mal eben kurz unsere Tür. Oh, die fahren los. S-1 nach Dortmund. Ciao. Viel Spaß. In Dortmund. Schön. Warten Sie bis 4.19 Uhr. Ist es doch. Also noch nicht ganz, aber fast. Machen wir mal eine schöne Außenansicht hier beim Beschleunigen diesmal. Und da kommt auch schon die letzte Station. In 7,7 Kilometern sind wir dann in den Duisburg-Hauptbahnhof, schalten jetzt ein letztes Mal Leistung auf und machen uns auf den Weg. Bahnsteig 4. 7.25 Uhr. Also 6 Minuten haben wir Zeit. Wir schaffen 4. Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn wir wirklich 4 schaffen, super. Ich kann jetzt auch um nichts wetten, weil ich... Keine Ahnung, wer sich das hier anguckt. Ich wette einfach um nichts. 4 Minuten. Ich sage 7 Uhr 23. Egal wie viele Sekunden. Kann auch 9.50 Uhr sein? Sind wir da. Schauen wir doch mal. Leistungsregler stellen wir jetzt auf Maximum. Mal schauen wir mal. Als ich vorhin über den Unterschied von der Playstation 4 zu Playstation 5 Version geredet habe, habe ich übrigens auch vergessen, dass die Tiefenschärfe auch eine ganz andere ist. Also die Oberleitung zum Beispiel, die sehen in der Playstation 4 Version auf Full-HD-Einstellung total blöd aus. Bin ich ganz ehrlich. Natürlich hier jetzt auch nicht wunderschön, aber viel besser als auf der PS4 Version. Also das hat mich tatsächlich relativ gewundert, auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das Spiel damals für 29,99 im Play Store gekauft und habe mittlerweile gemerkt, dass das, ja, es war ein richtiger Kauf. Es macht mir riesig Spaß. Ich war schon immer jemand, der Zugsystem oder auch Zug-Simulation geliebt hat, weil ich schon immer so drauf war. aber es war halt im Endeffekt, ja, schon Kauf, wo man sich nach 29,99 dachte, ich habe mir YouTube-Videos angeguckt von bekannten Let's Playern wie Heideltraut oder sowas, die das gespielt haben und habe mir dann doch gedacht, als ich das geöffnet habe und auf einem großen Full-HD-Fernseher oder sogar 2K kann er, glaube ich, sogar Fernseher gesehen habe, wie die Grafik dann ist auf der Strecke Aachen-Köln oder Köln-Aachen, war ich dann doch relativ enttäuscht. Das war ein bisschen schade, aber ich kann jedem nur ans Herz legen, der sich für solche Systeme interessiert, also für Zugssysteme, für Zugsimulatoren und sowas, kauft euch dieses Spiel. Das ist keine Werbung. Ich bin ein so kleiner YouTuber, dass ich keinen einzigen Cent jemals an diesen Videos verdienen werde. Das ist auch gar nicht mein Ziel, weil ich das einfach nur mache, weil es mir Spaß macht und ich hoffe, es macht euch Spaß, das zwischendurch mal zu schauen. Das wäre die größte Freude überhaupt und es ist keine Werbung, aber es lohnt sich. Also es kostet, glaube ich, 30 Euro in Rabattsituation auch noch weniger für den PC, glaube ich, mittlerweile, wenn man auf irgendwelchen Key-Seiten geht, also wo man sich im Endeffekt die Keys einfach kaufen kann per Paypal oder wie auch immer, dann kostet das Spiel, glaube ich, mittlerweile 13, 14 Euro, habe ich letztens irgendwo mal auf einer Seite gesehen. Vollkommen egal, natürlich, das sind einfach nur Rabattsituationen, weil man dann nicht das Spiel haptisch kauft, sondern Key für beispielsweise Steam oder sowas und ich muss tatsächlich sagen, es hat sich gelohnt. Also 30 Euro dafür ausgeben, lohnt sich, weil dieses ganze individuelle, also es ist wirklich wie Flight Simulator mit allen Knöpfen, die du drücken kannst, auf gut Deutsch gesagt, nur halt mit Zügen und für Leute, die Züge schön finden und auch Zugsimulatoren interessant finden, schon früher, für die ist das wirklich was. Also das ist wirklich ein tolles Game. natürlich, es ist eine Simulation, die müssen irgendwie Geld in die Kassen bringen, sage ich auch ganz ehrlich und wie machen sie es? Natürlich mit Add-ons. Man sollte nicht so krank sein wie ich und es gibt ja YouTuber, die verdienen mit Geld und für die sind das Business-Ausgaben. Für mich natürlich nicht. Bedeutet, ich gebe tatsächlich, ich bin wirklich so krank und gebe für diese Add-ons Geld aus. Das Add-on München-Augsburg hat mich 29,99 gekostet. Das war das teuerste Add-on, was ich gekauft habe. Die restlichen habe ich alle gekauft, wenn die irgendwo in Playstation Storm Sale waren. Das hier hat mich, glaube ich, 12,99 gekostet. Ob das 12,99 wert ist, ob man für so ein Add-on 12,99 ausgeben sollte, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich persönlich habe es gemacht. Ich habe es auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht bereut. Also ich fand es eigentlich ganz gut. Ja komm, fangen wir nochmal in den Bahnhof rein. Dann tun wir nicht. Er sagt, tue in den Regeln. Also Bremse, Hand links, sind wir dann überhaupt in den ganzen Zug? Nein! Der letzte Bahnhof. Nee, vergiss es, Leute. Vergiss es, Leute. Alter, was ist denn jetzt mit dem Mikrofon los? So. 7 Minuten 24. Ich blende jetzt die Szene ein. War ich bei 7 Minuten 23 schon am Stehen? war ich, oder? Vielleicht noch nicht. Je nachdem was. Ich fände es cool. Dann hätte ich eine Wette gegen mich selbst gewonnen. Und wenn ihr euch fragt, was mir das bringt. Gar nichts. Einfach nur so. Und jetzt räumen wir hier mal langsam wieder ein. Weil ich will hier wenigstens hier kommen. Ich will hier wenigstens mal in die... Ja komm, hier machen wir mal volle Kanüle hier, Leistung, Ausschaltung. Dann waren wir hier mal in den Essener Hauptbahnhof. Äh, warte mal. Essen? Nee, Essen? War es Essen? Nee, oder? Wo zum Henker sind wir gerade eigentlich? Ich habe das schon wieder voll verplant. Steht jetzt auch nicht oben links. Ähm, wo sind wir jetzt genau ausgestiegen? Entschuldigung, ich möchte mal ganz kurz gucken, wo wir sind. Ich würde tippen, Essen. Duisburg! Weil wir in Essen losgefahren sind. Klar. Also, ich glaube, in YouTube Deutschland sagt man zu mir, oder würde man zu mir sagen, wenn ich bekannt wäre, Lost. Ich bin aber nicht bekannt. Und das ist auch gut so. Bin ganz zufrieden, wie es jetzt gerade ist. Schöne, Schöne Animation tatsächlich. So, also, wir steigen noch mal kurz ein. Werden dieses Projekt hier jetzt abschließen, indem wir noch mal im Lokführer das Platz nehmen und die Türen verriegeln. Und dann kommt noch ein letztes Mal diese schöne Melodie. Hört sich so ein bisschen an wie meine Schulklingel früher. Aber immerhin. Und damit haben wir es geschafft. Wie waren wir denn so unterwegs? 31 Minuten 17. 34,08 Kilometer. Ich bin 200, 94 Meter gelaufen. Warum? Haltegenauigkeit. Das ist mal interessant zu sehen. Haltegenauigkeit. 82,5, 42,2, 37,4 und 190 Meter. Ja, das war ja auch jetzt der letzte Halt. Also, da kann man auch mal ein bisschen früher einfahren. Die letzten Waggons noch Vormannung stehen lassen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war es das von heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Für alle, die bis jetzt da geblieben sind, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Sagt mir Bescheid, ob ihr solche Videos gerne häufiger sehen möchtet mit Trains in the World. Star Wars Covents spielen wir ja genug. Und ich denke, das war heute mal ganz cool. Wir haben heute mal das Ruhrgebiet ein bisschen kennengelernt und man hat gemerkt, ich bin ein schlechter Pilot bei der Deutschen Bahn hätte ich jetzt auch nicht die großen Chancen. Aber Gott sei Dank arbeite ich weder für irgendein Imperium noch für die Deutsche Bahn. Also kann ich damit zufrieden sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann. Tschüss.